Die Lästerung gegen den Geist Matthäus 12, 22-24 Da wurde ein Besessener zu Jesus gebracht, der war blind und stumm, und er heilte ihn, sodass der Stumme redete und sah. Und alles Volk entsetzte sich und fragte, ist dieser nicht Davids Sohn? Als aber die Pharisäer das hörten, sprachen sie, er treibt die bösen Geister nicht anders aus, als durch Beelzebul, ihren Obersten. Dem Text über die Sünde gegen den Heiligen Geist, Matthäus 12, 31, geht im Kontext die Begebenheit mit dem Besessenen voraus, den Jesus heilte, wie gelesen. Wir müssen bei der Auslegung einzelner Stellen in der Heiligen Schrift immer auch die Zusammenhänge sehen, sonst besteht die Gefahr, dass wir sektiererisch die Bibel missbrauchen für wunderliche, einseitige und verkehrte, falsche Interpretationen, die keinen Sinn ergeben. Grundsätzlich kann jede Sünde vergeben werden, bis auf eine. In Matthäus 12, 31 und 32 heißt es, Darum sage ich euch, alle Sünde und Lästerung wird den Menschen vergeben, aber die Lästerung gegen den Geist wird nicht vergeben, und wer etwas redet gegen den Menschen Sohn, dem wird es vergeben. Aber wer etwas redet gegen den Heiligen Geist, dem wird es nicht vergeben, weder in dieser noch in jener Welt. Die Pharisäer zweifelten nicht am Wunder der Dämonenaustreibung. Sie sahen ja, was geschehen war. Aber sie haben die göttliche Kraft, die dahinter stand, nicht Gott und dem Heiligen Geist zugeschrieben, sondern dem Teufel und dem Wirken des Bösen. Damit machten sie Jesus zum Handlanger der Dämonen. Genau das war die Sünde gegen den Heiligen Geist. Dem Teufel also zuschreiben, was allein Gott gebührt, das ist sozusagen der Gipfel der Ignoranz, der Gottlosigkeit und des Unglaubens. Und vor allem ist es auch extrem unlogisch, was die Pharisäer hier vorbrachten. Jesus macht das in seiner Antwort mehr als deutlich. In Matthäus 12, 24-26 steht, Aber als die Pharisäer das hörten, sprachen sie, er treibt die bösen Geister nicht anders aus als durch Beelzebul, ihren Obersten. Jesus erkannte aber ihre Gedanken und sprach zu ihnen. Jedes Reich, das mit sich selbst uneins ist, wird verwüstet und jede Stadt oder jedes Haus, das mit sich selbst uneins ist, kann nicht bestehen. Wenn nun der Satan den Satan austreibt, so muss er mit sich selbst uneins sein. Wie kann dann sein Reich bestehen? Die Pharisäer glaubten eher, dass der Teufel sich selbst ausbremst, als dass Jesus durch den Heiligen Geist diesen dämonisierten Menschen befreite und ihn wieder sehen und sprechen ließ. Sünde bedeutet im Leben so viel wie Zielverfehlung. Und das ist es, wenn wir in unseren Sünden sterben. Ein verlorenes Leben. Das ist nicht Gottes Wille. Absolut nicht. Sondern Gott will, dass allen Menschen geholfen wird und dass sie zur Erkenntnis der Wahrheit finden. Das lesen wir in 1. Timotheus 2, Verse 1 bis 4. So ermahne ich nun, dass man vor allen Dingen tue, Bitte, Gebet, Fürbitte und Danksagung für alle Menschen, für die Könige und für alle Obrigkeit, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen können in aller Frömmigkeit und Ehrbarkeit. Dies ist gut und wohlgefällig vor Gott, unserem Heiland, welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Dass Gott nun absolut gewillt ist, uns auch aus der tiefsten Sündennot zu befreien, das lesen wir auch im Alten Testament. In Jesaja 1, 18 heißt es, Glauben wir daran, dass Gott Sünden vergeben kann und will? Darum geht es letztlich. Gott hat die Kraft und die Möglichkeiten, uns aus der Finsternis ins Licht zu führen. Der Teufel kann nur zerstören und bekämpfen, was heilig ist. Er ist der Vater der Lüge und ein Menschenmörder von Anfang an. Johannes 8, 44. Gott als Teufel zu bezeichnen und die Wunder, Heilungen, Befreiungen und Segnungen Jesu Christi, einem bösen Geist zuzuschreiben, sind gedankliche Ausgeburten der Hölle und der Finsternis. Bemerkenswert ist in dem Zusammenhang auch, dass der besessene Mann einen bösen Geist hatte, der ihn blind und stumm machte. Matthäus 12, 22, da steht, Da wurde ein Besessener zu Jesus gebracht, der war blind und stumm, und er heilte ihn, sodass der Stumme redete und sah, wie gelesen. Er konnte also weder sagen, was ihm fehlte, noch sehen, wer zu ihm spricht. Er war hilflos wie ein Baby, war auf fremde Hilfe angewiesen und jede Manipulation war ausgeschlossen. Jesus sah sofort, was mit dem Mann los war und heilte ihn. Und dann dieses göttliche Wunder zu beschmutzen durch unqualifizierte, boshafte und hasserfüllte Kommentare seitens der Pharisäer zeigt überdeutlich, wessen Geisteskind diese Sadduzeer und Pharisäer waren. Das war die beschriebene unverzeihliche Sünde, nämlich Hochmut, Lüge und Unglaube in höchster Potenz, trotz eindeutiger Offenbarungen. Es gab damals, heute wohl leider auch noch, Menschen, die das Christentum intellektuell überzeugend fanden und finden, sich zu Christus sogar bekannten, das Gute erkannt haben, aber letztlich das Erlösungsopfer Jesu Christi nicht anerkannten und auch seine Gottheit ablehnten. Das waren die Gnostiker, Hebräer 6, die sich ihre eigenen bekehrungsresistenten Gedanken zu Jesus zum Glauben machten, das Christentum sozusagen aushüllten und der Lächerlichkeit preisgab, weil sie daran glaubten irgendwie, aber ohne Erlöser, ohne Sinn, ohne Zweck, ohne Ziel, ein völlig hohler Glaube und so etwas Jesus Christus unterzuschieben, dass er sozusagen sinnlose Taten für Unmöglichkeiten gebrauchte und Lügen verbreitete und sich als jemand ausgab, der er nicht war und die Wunder und die Heilung und den Frieden, den er verursachte durch seine Worte und seine Taten als etwas Böses und Dämonisches hinzustellen, das geht nicht. Das ist die Sünde gegen den Heiligen Geist. Das wird nicht verziehen. Und diese Lehre der Gnostiker kommt von unten und sie ist, wie gesagt, unverzeihlich, weil sie den Erlöser Jesus Christus, den Sohn Gottes aufs Äußerste, verunglimpft und dämonisiert. Und Gott lässt sich nicht spotten und hier wird man ernten, was man sät. Das galt damals und das gilt auch heute. In seinem Bibelkommentar zum Eingangstext schreibt William MacDonald folgendes Als Jesus einen Besessenen heilt, der blind und stumm ist, dachten die einfachen Leute ernsthaft darüber nach, ob er nicht der Sohn Davids, der Messias Israels, sein könnte. Das brachte die Pharisäer auf. Da sie keinerlei Sympathiebezeugung für Jesus ertragen konnten, brachten sie ihre Anklage vor, dass das Wunder durch die Macht Beelzebubs des Obersten der Dämonen vollbracht worden sei. Diese seltsame Anschuldigung war die erste offene Anklage, dass der Herr Jesus besessen sei. Als Jesus ihre Gedanken erkannt hatte, ging er daran, ihre Torheit herauszustellen. Er zeigte auf, dass kein Reich, keine Stadt und kein Haus, das mit sich selbst entzweit ist, Bestand hat. Wenn er die Dämonen Satans mit der Macht Satans austreiben würde, dann würde Satan gegen sich selbst arbeiten. Das aber wäre absurd. Unser Herr hatte noch eine zweite vernichtende Antwort für die Pharisäer bereit. Einige ihrer jüdischen Genossen, die als Dämonenaustreiber wirkten, behaupteten, die Macht zu haben, Dämonen auszutreiben. Jesus bestritt ihre Behauptung nicht. Noch bestätigte er sie, sondern benutzte diese Tatsache, um zu zeigen, dass, wenn er die Dämonen durch Beelzebub austreibe, die Söhne der Pharisäer, das heißt jene Dämonenaustreiber, das gleiche taten. Die Pharisäer wollten dies jedoch nicht zugeben, aber sie konnten der Logik dieses Argumentes nicht mehr ausweichen. Ihre eigenen Verbündeten würden sie sonst anklagen, weil sie den Eindruck erwecken würden, dass sie als Handlanger Satans Dämonen austreiben würden. Schofield sagte dazu. Soweit sie und ihre Söhne betroffen waren, waren die Pharisäer schnell bereit. Jede Andeutung, dass hier satanische Mächte im Spiel waren, abzuwehren. Aber mit der Einstellung, die sie angenommen hatten, das heißt, dass Christus die Dämonen durch Beelzebub austreibe, würden ihre Söhne sie zu Recht als inkonsequent beurteilen. Denn wenn die Macht zur Dämonenaustreibung satanisch wäre, dann wäre jeder, der diese Macht hat, gleichzeitig mit der Quelle dieser Macht verbunden. Sie dachten einfach unlogisch, wenn sie die gleichen Folgen unterschiedlichen Ursachen zuschreiben wollten. Soweit. Gott, stärke euch am inneren Menschen. Er erfülle euch mit dem Heiligen Geist. Er öffne euch die Augen für die Wahrheiten in diesem Leben, im Glauben, in der Bibel und auch die Wahrheiten über den Teufel und über seine Lügen und über falsche Propheten und Irrlehren. Er helfe euch, die Dinge aufzudecken, klar zu sehen und zu beschreiben und erstärke euch in eurem Glauben. Der Name Jesu Christi sei gelobt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Amen. Amen.